Sieht mitgenommen aus, aber er lebt. Mal sehen, was Dennis dazu zu sagen hat. Hey, Dennis. Hey, wie läuft's? Hast du das Paket? Ja. Er sieht ein bisschen mitgenommen aus, aber okay. Was jetzt? Ich hab ein Auto bereitgestellt. Leg den Mann in den Kofferraum und fahr Richtung Northside. Die Adresse ist im GPS. Okay. Noch was? Pass auf die Tigers auf. Wir haben es auf deinen neuen Begleiter abgesehen. Na, komm mal. Moment mal, was? Leg der Wichser einfach auf. Na, los. Du kommst mit. Wir fahren jetzt spazieren, mein Freund. Moment mal kurz. Na, komm mal. Ich hab noch mal einen Kugel gehabt. So. Hier kommt noch einer. Zack. Komm, zwei. Er sagt. Nein. Scheiß Taggers. Alter, wie viele kommen denn noch? Noch wer? Geht langsam. Ich wollte gerade sagen, mir geht langsam die Munition aus, aber das stimmt nicht. Immer noch ein bisschen Money. Die haben nicht so viele Leben, also. Ach, komm. Ja, wenn du's reinmöchtest, oder? Zack. Verrecke. Was steht an jeder Ecke? Tiger Kloß. Verrecke. Leute, ich muss ihn noch looten. Ich muss ihn noch looten. Oh, ich hab zu viel dabei. Das ist ein Schrot, okay. Ich frag mich nach. Verlassen. Verlassen. Nein, hoff dir dieser Bug. Komm, man, mit Tour. So, ich hoffe mal, das waren jetzt hier erstmal alle. Der Bikini-Booty. Da ist Arasaka. Arasaka-Tower sehen wir noch nicht. So gut so. Schweine. Das ist ein roter Strich auf der Map. Will ich wissen, warum der da ist? Will ich wissen, warum ich die ganze Zeit über zerbrochene Flaschen und so laufe? Ich bin kein Seefahrer hier. Ich bin angeheuert worden. In dieser Schrottkarre? Einshaft. Ich geh das mal kurz klären. Zeig mir mal, was du drauf hast. Oh, 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 oh. So, Ablebner starten. Der sieht mich vorher nicht. Das heißt, ich kann mich hier vorbeisneaken. Den Kumpader, der ist jetzt aufweg. Dann hat er mich gerne. Nee, nix, fuck. Ich hab bloß ein Kumpel getötet. Das ist doch alles gut. Nee, du kommst hier rein. Ja, schau's an. Hallo. Wir schwenden nicht die gute Munition. Na los. Wat? What the fuck? Was ist falsch mit dir? Das kann er sein. Du stellst rum und scheiß Ehre. Wir brauchen mehr Leute. Komm nach. Ach. Ach, weißt du was? Keine Gnade! Hallo. Da ist die Sicherung durchgeknallt. Bad Shot. Ja, wir sind eine scheiß Meute, oder was? Na komm. Einfach ein saftiger Shot. Du warst da hinter dich, hab ich gesehen. So muss das. So. Nein. Huh. Hi. Na. Wie geht's hier so? Jetzt fällst du immer nicht deine Beine treffen. Ja, tust du. Komm. Jetzt wird doch mal ein bisschen Spaß haben. Tschüss. Jetzt lachst du nicht mehr, ne? Aha. Ach, reicht auch. Hm. Ein Kater. So, irgendwas brauchbares hier. Funkleif brauch ich nicht. Die haben doch hier bestimmt irgendwas richtig Gutes noch. Es ist nett, dass sie das hier nicht ausnehmen müssen. Hittis. Wow. Kapper. Wow. Den Arschenbecher, den kann ich bestimmt richtig gut verkaufen, weih. Oh, hast du etwa Schmerzen? Na, wie sieht's jetzt aus? Wollen wir noch Schmerzen? Ist hier besser als die? Nö. Ah, ist meine Waffe immer noch besser. Mein dicker Wummer. Auf dem Dach ist noch was. Ja, du Aufst, ach komm ich leider nicht. Verschwinde. Okay, dann geh ich halt. Hä? Es gab ein Problem, du hast es gelöst. Ich bin zufrieden, der Kunde auch. Wozu wie? Auftrag erledigt. Wo ist jetzt der Typ? Hä? Ich hab den Typen doch hier. Hätt ich doch hier. Ah. Ein mit dir. Ich musste gerade kurz was hinlegen. Ähm. Gebiet öffentlich. Ja cool, wo soll ich hin? Ähm. Ähm. Journal. Ist das Ghost Town? Nee. Nebenmission Big Japan. Ich war doch das, oder nicht? Der war Big Japan. Naja. Kein Radio bitte. Möchte ich dir nicht nahe, dass ich noch irgendwelche Probleme bekommen. Es sei denn, es ist 100 Prozent, äh, festgestellt, dass man das irgendwie ausmachen kann oder so. Alter. Alter. Ich meine aber, das, um dich irgendwie aktiv ausgestellt zu haben mit den überrechtlich geschützten Inhalten, ich lasse es einfach so. Moin. Na, dann soll ich doch einfach was hingehen. Soll ich das Katana nehmen? Job ist erledigt. Ah. Das sehe ich. Gute Arbeit. Alles okay mit dir da drin, Haruyoshi? Den ist mir Hoffnung gegeben. Aha. Eine Warnung wegen der Tigers wäre hilfreich gewesen. Hat er doch gesagt. Ich wusste, dass du das hinbekommst. Und wie ich sehe, hatte ich recht. Ah, wow. Also, wer ist der Typ? Wer wirst du, hm? Er wird dir alles erzählen. Haruyoshi? In Japan, hier ist die Nummer eins gewesen. Und ganz rücker Hand. Eines Tages, Tiger Class Boss braucht OP. Aber Fehler passiert. Boss tut. Tiger Class sehr böse. Ich verstecke in Fischerbord und komme zu Amerika. Dann ist mein Leben gerettet. Aha. Ein Geheimnis ist groß. Ich töte Tiger Class Boss mit Absicht. Ich gute Chirurg. Der Beste. Aha. Aha. Tiger Class haben übrigens gesagt, sie wollen deinen Kopf haben. Das ist alles sehr nett. Aber ich wurde noch nicht bezahlt. Ich weiß. Hier. Ich hoffe, die Klinge wird dir gut dienen. Huh. Na dann. Wie heißt du noch mal? Jens. Ach. Der Beste auf der Welt. Gute Instinkte. Nicht du. Er eigentlich, aber okay. Wo genau kommst du her? Japan. Jens. Jens. Der Beste auf der Welt. Gute Instinkte. Er. Wow